Hey Guinness, herzlich willkommen zu einer weiteren Runde Let's Play Divinity Original Zen 2 Und äh, wir sind nochmal in die Höhle gegangen Wir hatten ja den Auftakt gemeistert mit dem Wächter hier Und äh, ja Reden mal mit dem kleinen Modi Wach auf, bitte Weg, wach auf Nein, der wird nicht mehr aufwachen Ah, da oben Wer hat denn jetzt gar keinen Gürtel? So, damit ihr auch mal ein bisschen physische Rüstung bekommt So, jetzt mal bei den Fertigkeiten gerade reingucken So, zack Ich war auch mal beim Händler Und Hab mir neue Fertigkeiten geben lassen Einmal hier das, so eine Art Rundumschlag Und einmal So Verborgener Eingang heißt das einfach nur Ähm Und einmal verspotten Ne, provozieren So, dass alle in der Nähe ihn angreifen So, und jetzt wollen wir mal was ganz sneaky probieren Also hier sind ja auf jeden Fall Wachen So Das ist nämlich die Frage Ich glaube, wir können die Wachen nämlich hier hochholen Und dann können wir hier oben Also wir probieren das jetzt mal Okay Alle sind getarnt Dann Ähm Einmal speichern Und nochmal speichern Falls wir außersehen in den Kampf reinkommen So Der kleine Giftköter Natürlich nur physische Resistenz Das heißt, um den kümmern wir uns gar nicht erstmal Aber wir stillen uns mal Nach hinten an Nee, wir machen das anders Wir laden neu Das ist der Grund, wo mich zweimal gespeichert hat Das ist der Grund Also nochmal speichern beschreiben so ich möchte dass er kurz mal hier guckt ist das denn sobald hier noch einmal das dunkelrote war was denn jetzt gibt es doch nicht oder laden ja ich habe eine andere idee wir machen dann mit dem zauberbuch ist mir zu blöd jetzt jeden einzelnen lang schleichen zu lassen also alle mal kurz trennen ich brauche ich dafür dann nimmst du mir mal den ich möchte doch nur rechts vorbei mir nicht da können wir das anders machen raus 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 so die lose jetzt dahin geht und den zaubermann wenn sie es nicht in einer schlafen die 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 So, und wir den dahin teleportieren. Sind die anderen involviert? Ne, ne? Ich glaube... So, erstmal... Verlangen wir... Verlangen wir jetzt einfach. Danach... Schießen wir noch einen auf den... Nice, ey. Damage ist echt... Broke, ne? Ne, das hier machen wir ja. So, jetzt ist er nämlich geschockt. Jetzt, äh... Können wir ihm noch ein bisschen Damage machen. Ist saugeil. So, und wir gehen jetzt hier hinten dran. Und wir werden mal gucken, wieviel Schaden das hier macht. Nice. Zack. Mal draufhauen. Und dann, zack. Und zack. Ja, gut, ne? Easy. Und nochmal speichern, weil wir wissen ja, dass das so ein bisschen... ...blöd ist. Und dann... Ehh... Dann sind wir, komm mal. Dann sind wir hier. Ja. Nämlich hier die Frage, kriegen wir das hin? Einen von hier... na... Das klappt also... Dann die nächste Person... Dann die nächste Person... Dann legt sie mal grad... Ich blimm mal grad ihre Handschuhe ab und nimmt... So, ihre Handschuhe... So, jetzt aber... So, bei der Lose wieder rein... Dann geh ich von der Lose nehmen... Gut... Nee... Wo kommen wir denn hin? Wir werden hier nochmal hochblättern... So, warte mal... Sonst machen wir gerade... Und... Äh... Nochmal, ey... Speichern... Nein... Da... Speichern... Danke... Ach... Mann, ey... So viel Arbeit umsonst... D webpage... Nämlich... Angerde werden wir hier. Genau eine Stelle... vielreg万... Haben wir das... Du guckst... Oh... Ja, einfach mit damit... Du guckst... еньfindant điều guilty... Ich coaline... Verstehen... D Frö in... Du... Verstehen... Ent estão wieder hin Sad... imme... house... Verdamm... Initiative... Was ist das? Sooo, viel Rüstung ist hier nicht geblieben. Dann kann ich ja mit voller Ka-Wumms mal drauf zuhauen. Und er schießt auch mal. Oh, nice, Alter. Dieser David ist immer so krass. Ja, das bringt es nicht so ganz. Gehen wir da hin, bitte. So, zu beenden. So, dann gehst du auch da hin. So, du gehst auch da hin. Und du gehst auch da hin. So, du gehst. Oh. And. And. Okay. Der spart sich noch ein bisschen was auf. So, sie ist am Brennen. So, sie kann da ruhig bleiben. Wir gehen mal da rüber. Und? Ich wähle das mal dazu. Gut. Gut. Wir müssen ja die Rüstung runterhauen. Okay. Oh. Was ist das jetzt? Oh. 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 Wir machen jetzt den Bogen schützen. Und nochmal. Oh nice. War ja klar, dass ich den verfehlen, ne? Oh. Oops. Oh. Oh. Komm da schon ein bisschen. Ich bin bereit. Also wenn ich beide mal treffe ist, ist das tot. Er ist tot. So, du blöde Kuh zu beenden. So, erstmal das. Dann noch das. Und dann... Der noch einer rein. Oh, ist okay, ist okay, ist okay. Warte mal. Schieß mal auf die da. Und danach auf ihn. So... Nimmst mal gerade einen Schluck. Dann machst du mal den hier. Jo, nice. Hat natürlich, äh... Ich muss sie da mal wegbekommen. Eigentlich. Ich... Wo kriegen die denn Schaden? Hm... Oh, da geht's. So, weiter geht's. Nochmal geht nicht. So... Und sie ist damit auf. Dabei... So... Dann ist der Rüstungsschutz gleich weg. Das ist jetzt ein ungewürdiges Ziel. Kann ich teleportieren? Das ist schon mal einer. Dann mach mal zu Ben. Ach. Dann mach mal zu Ben. Dann mach mal zu Ben. Ach. 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 Dann wird es jetzt Zeit für Hammer Time! Bäm! Wir haben noch einen Schlag. So. Kannst du von der Entfernung draufhauen? Ja. Das bringt es nicht, das bringt es nicht. Dann lieber den Zug beenden. Dann sie ihn nochmal nehmen lassen. Und mal da hinschmeißen. Dann hat der nämlich nochmal Schaden bekommen. Und dann noch eine magische Attacke hinterher. Und zwar hier. Yes. Der war doch gar nicht so schwer hier. War ein bisschen tricky, muss man schon sagen. Okay. Ja. 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 Magischer zu die daten Helm es geht dass sie in den Waren solle Kiepix Prozent was aber da gefängt ist nur jetzt müssen wir die alle morgen bis hin wir brauchen mehr um die Stil hier brauchen die Fähigkeit die Vergeltung Jägersmann kann sie nämlich das ist ein Fenster das hier mit reintun sauber perfekto dann darf sie aber noch gleich Fertigkeiten was geben wir hier denn noch mehr Schaden noch mehr noch mehr noch mehr noch mehr so wir brauchen noch ein Gedächtnis so dann noch mehr noch mehr noch mehr noch mehr und Luft wir können Füren mit rein nehmen so verstanden wir brauchen weniger Leben Intelligenz so 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 hier sind wir jetzt offen haben wir denn da in dem Sack ja hier noch keine Wenigkeitspunkte bekommen und geben wir denn mehr Schaden an ja die Nässe so der soll voll und ganz da drauf gehen beim nächsten mal geht man eben noch ein bisschen Erdschaden mit oder so beschwörend ne jägersmann was hat denn geomann tun wir noch mal ein bisschen was rein so sehr schön wir wir den Hund schon geplündert gehabt wir haben den Hund eigentlich geplündert oi oi ok ok so dann gehen wir wieder hier rein so zweimal speichern würde ich sagen ne eh mal äh und zweimal so dann haben wir glaube ich immer wenn wir Fertigkeiten gucken hier können wir sehen nächste stufe braucht 27.275 Punkte in vom gaben heute sind wir direkt hier in dem zimmer ja dann würde ich sagen sehen wir uns beim nächsten mal wieder bis dahin